hallo meine lieben und willkommen zu einem neuen kleinen spiel mit der lieben blutkatze hallo und heute spielen wir badwars ich wünsche euch viel spaß mit unserem weiß noch nicht fails lustigen szenen kommt alles drauf an guck mich nicht so böse an ich guck mich böse er hat schon gekocht ich weiß es wie ich bin legen wir los sie gehen schon hin haben sich in der richtigen lobby eigentlich eher schon bei den fritzen aber es ist etwas mit uns da will abeltern ja jetzt bist du mit mit der jahr jährigen um nach Oh Gott, die Map. Oh Gott. Das sieht ja Katastrophe aus. Ich geh mal mit ins Bett. Toll. Ich hoffe auf Farbe Grün. Farbe Grün sieht sehr charismatisch aus. Wir sind... Grau. Grau. Ich brauch als allererstes einmal Wolle. Fuck you. Nichts geht los. Du brauchst Wolle, ich brauch... Endstone. Endstone. Nein! Nein! What? Was ist das? Ja, ist einfach permanent. Ja, okay, diesmal müssen wir tierisch aufs Bett aufpassen. Weil wir einfach instant... rüber müssen zu hier. Es sind rot. Hast du genug, hoffentlich? Ich hab vier... Oh, das ist falsch. Ich hab für einmal Wolle. Ich glaub nicht, dass das reicht. So, jetzt hab ich für 32 Wolllücke. Ich guck grad, ob schon irgendjemand ankommt. Die haben ein Herz über der Base. Die haben ein Hühnchen über der Base. Doch, schick! Ist das von dir? So. Das heißt, wir müssen jetzt angreifen. Gut, mal gucken, ob wir uns überlegen, den ersten Angriff. Bist du da? Ja. Ich bin weg. Nein! Damit du sie schon mal fremdeln. Ach. Du meinst die erste Wolle? Ja Gut, kannst Gut Äh, dir Insel und dann hätte ich gesagt Gleich zu grün Das sind unsere nächsten Gegner Mach ich Wird erledigt, Chef Wäre jetzt gerade so mein Plan Nur die Frage, ob ich rüberkomme Nein, mir fehlen Löcke Rot baut sich zur Insel Grün ist auch schon am Weg Ich kann leider nicht hetzen Shit Die kommen Da kommt einer Piss dich Piss dich Ist er unten? Ja Vor allem, ich hab das Bett auf der einen Seite noch nicht mal eingebaut gehabt Ich save erstmal die 3 Dias, die ich hab' Der andere ist einfach runtergefallen Puh So, erstmal kurz So, die bauen jetzt auch mit Insel ein Stone ein Das heißt Das heißt Sechs Ich brauch noch einen siebten Volt Ähm Da Danke Wir müssen auf alle Fälle grün vernichten Das geht nicht anders Hast du ein Eisenschwert? Ja 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 watch upgrades sharpness wir brauchen noch endstone sagst du nein ich bin runter gefallen achtung folge auch gleich wieder ab so hast du es im auge ja ich bin hier gerade bei die zu killen 1 minuten shit ein ich habe einen gekillt scheiße ich habe das wenigstens auch ein mitgenommen scheiße der werfer ist tot gewesen wir müssen gemeinsam rüber Wie hat er das gemacht? Ich habe ihm so Hits gegeben, der hat einfach nichts an HP verloren. Ich habe den fünfmal getroffen. Der hatte immer noch 4 HP. So. Ich habe zwei Dias. Sehr schön. Ich komme mal eben zurück. Rot baut sich zu uns. Ich sehe es. Scheiße. Oh, die grünen sind fluschen. Na du. Hi. Na komm. Halt sie noch hin. Halt sie noch hin. Ich hole mir jetzt einen Bogen. Ja, Achtung. Rot ist neben uns. Du weißt. Einfach nur hinhalten. Sie haben grün. Jacke? Jacke? Hallo. Hallo. Was kostet ein Bogen? Ein Bogen kostet 12 Gold. Instant runtergefallen. Sehr schön. Ah, das rote Brett ist weg. Die catchen sich da drüben gerade gegen Weiß. Das Problem ist das. Ja, Weiß kommt danach zu uns. Ich weiß. Genau. Ich glaube, das sind die Grünen unser wenigstes Problem. Ich brauche unbedingt ein anderes Schwert. Hier. Hattest du noch Dears? Ich kann mir ein Steinschwert holen. Nee, ich habe keine Dears. Shit. Also entweder... Rot gibt es noch einen. Ich hole mir kurz Blöcke. Shit. Sehr vom Nachteil. Wie dumm. Der hat mich weggekillt. So. So, ich hole mir jetzt einfach instant einen Bogen. Kannst du ein bisschen auf meinen Rücken aufpassen, Kids? Ja, Moment. Ich brauche noch Pfeile. So. Ja, jetzt. Weil die Farmen da drüben, die ja so eine Ende. Ja, eben. Ja, schön stehen bleiben. Ja, danke. Noch einmal. Ja! Ich kann mir noch einmal Pfeile holen und dann habe ich noch sieben. Ich habe vier Dears. Alter. Rot ist weg. Fünf Dears. Ich komme mal eben zurück. Ja. So. Noch viermal? Ja, sehr schön. Ich baue weiter einen Endstone um unser Traum. Ja, weißt du, was ich jetzt mache? Ich hole mir jetzt TNT. Wenn es schon reicht. Und haue jetzt denen ihre Base weg, weil das geht mir auf den Kids. Ja, mach das. Ich packe das restliche Zeug, was ich habe, bis auf die Blöcke. Alles klar. Sag das und packe die Blöcke rein. Die verstärken ihre. Ja, können sie gerne. Und tschüss. Schaust du von drüben? Was? Ja, ich schau. Dass du die mit den Pfeilen runter bekommst? Ja. Ah, scheiße. Jetzt habe ich es TNT verloren. Ich hätte unten laufen sollen. Gut, dass ich alles andere gesaved habe. Alter. Was? Die haben übelsten Knockback. Scheiße, kill die bloß. Piss dich! Alter. Ich habe so viel, jetzt habe ich nichts mehr. Wie der einfach mal backt. Komm schon, Kari. Nein. Der hat aber fast kein Leben mehr. So. Fall runter, du. Hexe. Piss dich! Scheiße, ich bin runtergefallen und der hat TNT gesetzt bei uns in der Base. Nein! Scheiße. Der hat mich runtergekriegt. Ist unser Bett weg? Nein. Er hätte sich, er hat sich eingebaut. Pass auf. Ich habe den übelsten Kitz gegeben. Ist unser Bett jetzt noch frei, äh, noch zu? Ja. Unser Bett lebt noch, ja. Gut. Bummen. So. Grün kommt mit TNT. Ich weiß. Die sehen mich nicht. Nein, die können mich nicht sehen. Na, mich? Schluss. Ja, die können dich nicht sehen. Ich habe die Trap triggern lassen. Einer ist runtergefallen. Ja, er ist bei mir. Fick dich! Scheiße! Aber weiß. Wir könnten uns auch in der Base so verbarrikadieren. Wir haben genug Eisen dafür. Genau deswegen. Kriegen aber leider keine Emeralds rein. Und keine Deer. Der baut sich nach oben. Weiß, deswegen. Der hat sich selber runtergebasht damit. Ich weiß, ich habe es gesehen. So, ich brauche Blöcke. So, wir haben das Emerald Upgrade. Sehr schön. Jetzt können wir uns verbarrikadieren. So, und jetzt kommt eine kleine Nachvertonung von mir. Da ich hier eigentlich nur dabei bin, die ganze Base umzubauen, weil ich das nicht vorenthalten wollte. Ähm, habe ich mir gedacht, ich vertone das jetzt eben nach und stelle den restlichen Film auf stumm. Ähm, ich habe hier die ganze Base mit Endstone eingebaut. Das war in der Hoffnung, dass uns hier keiner erwischt, geschweige denn sich keiner reinschießen kann mit einer Enderperle oder seines süßiges irgendwas. Hat auch sehr, sehr gut geklappt, muss ich sagen. Ähm, das, was wir hier gesprochen haben, war auch nicht besonders spannend. Darum, seid mir da nicht böse, dass ich das gemacht habe. Ähm, Wie man merkt, ich habe mir dauernd zu wenig Blöcke geholt. Aber im Endeffekt sah die Base danach richtig geil aus. Ihr werdet das eh auch gleich sehen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich euch alles so erzählen soll über das Gameplay. Weil ich persönlich muss ja sagen, ich bin, was Bait Wars angeht, ein Newbie und sehr, sehr schlecht eigentlich. Also, ich werde da noch sehr, sehr viel üben. Und wenn ihr mich mitverfolgt, dann werdet ihr auch sehen, dass ich meine Fortschritte machen werde in PvP-Skills und sonstiges alles. Also, ja. Und die Idee hinter dem Ganzen fand ich eigentlich auch ganz nett, hinter dem, wo ich die Base eingebaut habe. Ähm, wie man hier sieht, ich habe da eigentlich gerade momentan nicht viel Ahnung gehabt von dem, was ich eigentlich gebaut habe. Aber das ist ja egal. Ähm, aber der Schützenturm hat funktioniert. So viel ich gesehen habe. Meine Zeit rennt ab. Also schon langsam kommt dann gleich bald wieder der normale In-Game-Sound. Ähm, ihr könnt mir gerne Fragen stellen per Kommentaren, Anfragen oder sonstiges. Ich spiele auch gerne mal mit anderen Leuten zusammen. Natürlich Blutkatze und ich. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was ich im nächsten Zwischenteil wieder so gelabert habe. Weil so ganz auswendig weiß ich das auch nicht so ganz. Also, lasst euch überraschen. Das war dumm. Wieso? Weil ich jetzt nicht mal aus der Base rauskomme. Das war durchaus dumm. Entschuldigung. Macht nichts. So, es kommt noch eine kleine Runde im Speed. Das habe ich mir gemerkt. In dem, dass ich weiter die Base meinte, noch mehr einzubauen und noch mehr einzubauen und wollte eigentlich einen Deckel drüber bauen. Das habe ich aber dann nicht gemacht. Aber, ja. Ich wünsche euch viel Spaß beim restlichen Video. Nein. Wir brauchen Gears dringend. Ich lasse alles da und hole mir kurz Wolle zum Rüberbauen auf die Insel. Können wir uns irgendwie noch einen Forge Upgrade holen? Ich glaube nicht. Doch, eine können wir noch. Wie viel brauchen wir? Ähm, acht Gears. Ich habe vier. Scheiße, die schießen mich ab. Ja, ich schieße auch. Keine Panik. Ja, aber ich komme schon nicht rüber. Da kommt einer. Nein! Die kriegst du nicht. Ich habe sie rausgeschmissen. Ich dachte mir gerade nur, du trägst da, du grausche, du kriegst die nicht. Tut mir leid für die Schimpfwörter, aber die müssen sein. Definitiv. Ich denke mal ab. was? Was? Achso. Wir haben alle... Hahahaha gut da brauchen wir nichts mehr außer zu machen ich glaub das wird bis zur Endrunde gehen das wird auch bis zur Endrunde gehen dann heißt es nur noch wegrennen vom Enderdrachen wir können uns einen Wassereimer basteln hier dann ein Loch buddeln und dann das Wasser runterfließen lassen und uns nochmal von unten zubauen ich wollte den jetzt haben ja warte kauf dir nochmal 5 da ist jemand verschwinde du ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne ich bin tot nein scheiß ich runtergebombt nein ich bin tot so meine Lieben ich hoffe es hat euch befallen ich entschuldige mich für die Lachs die ich zwischendrin hatte aber ich denke wir haben schöne Runden hinbekommen bis zum nächsten Mal Tschüssi Tchao Tchao Tchao